Nein, wir haben ihr nicht den Tod gewünscht, wir haben auf ihren Tod gewettet. Das ist ein großer Unterschied. Oh, du läufst heiß und geil aus mir raus, sagte sie. Bitte, was? Hallo? Oh, wir sind schon auf Sendung? Na, bei dir läuft's doch, dachte ich, aus der Nase. Bei mir läuft's auf jeden Fall heiß und geil aus der Nase raus, geht mir richtig auf den Sack. Ich hab schon eben gesagt, ich hab das, was du hast, langes Covid, ich nenn's nicht Long-Covid. Na, noch nicht, noch hast du kein Long-Covid, bist noch mittendrin. Ich werd halt das haben wie du, nur halt Rotznase statt Husten-Lunge, Alter. Das weißt du noch gar nicht. Ich weiß aber, dass ich keinen Bock drauf habe, ey. Das hat keiner. Ich würd auch echt gern mal wieder in Person aufnehmen, weißt du? Karacho-Karte hat sich gemeldet, hat gesagt, oh, die letzte Folge, die hat mir ganz besonders gut gefallen. Gefällt mir eh immer gut, aber das war besonders. Und da denk ich mir so, ja, aber es wär noch viel geiler, wenn wir uns mal wieder an die Augen schauen könnten. Das fehlt mir auch. Und dich auch olfaktorisch wahrzunehmen und während des Podcasts den Oberschenkel zu streicheln, das fehlt mir ein bisschen. Der Klassiker, ja. Und, ähm, was geht sonst? Das wäre doch auch wieder eine Geschichte für die Fanfiction, dass wir uns unglaublich fehlen, weil wir uns nicht sehen können. Tino, wie ist die Welt da draußen? Es ist echt schön warm draußen. Ich enjoy es gerade. Ich war gestern schon mal damals mit Mio in Erfurt und wir haben da einen veganen Döner gegessen. Also 9 Euro-Ticket. Keine gute Story fängt an mit, wir waren in Erfurt. Nee, es war echt geil, weil ich hatte Feierabend und hatte noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Termin. Wir wollten was zum Mittagessen und ich dachte, lass uns einfach nach Erfurt fahren zum Döner. Da war da so, äh, ich will den Namen nicht nennen, dass das, äh, Establishments, äh, wegen Werbegründen. Aber da gibt's halt veganen Döner und vegane Dönerpizza und auch, äh, so eine vegane Dönerbox. Da sind wir hingefahren mit 9 Euro-Ticket und haben dann in der Grimmar Brücke gegessen und sind wieder nach Hause gefahren. Also es war richtig nice. 9 Euro-Ticket, sei Dank. Ist echt so. Aber ich wurde, ich wurde an was anderes rangeführt, Tino. Ich hab auf Instagram ein Video gesehen, die machen eine Pizza aus einem Steak. Eine Steak-Pizza. Ist das was für dich? Ich würde jetzt mal tendenziell sagen, nicht so ganz. Das war echt richtig abartig anzusehen und die Kommentare waren sich auch einig. Aber 18 Millionen Aufrufe, also war's wert. Dieses Tier ist nicht umsonst gestorben. Naja, vielleicht schon. Also das war ja quasi auch der Pizzateig aus Steak oder wie, also alles aus Steak. Jaja. Naja, Pizzateig aus Steak und dann da drauf halt Salami gelegt und Käse. Echt, die regen sich darüber auf, dass vegane Menschen Sachen nachbauen, die ja Fleisch sein sollen und die machen ein Gericht, was auch vegetarisch sein könnte, aus Fleisch nach. Es ist nichts anderes. Ja. Aber auch irgendwie eine witzige Idee. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall mehr oder weniger indoors für neun Tage und es reicht. Es reicht, Tino. Es reicht. Und das ist ganz toll. So viel zum Vorgeplänkel. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Liebe Leute, wir sind euer Brennpunkt Internet live über den Discord, gerade am Talken. Und wir erzählen euch, was ist diese Woche passiert? Wahrscheinlich wissen wir nicht alles, was diese Woche passiert ist, denn wir haben jetzt gerade den Freitag und da ist noch ein ganzer Samstag Zeit und an dem könnte ja noch die Welt untergehen. Also wenn das passiert und wir es verpasst haben, es tut uns leid, aber Tino muss ja unbedingt auf ein Konzert gehen. Ich fahre nach Bonn zu My Chemical Romance. Sorry, but not sorry. Ja, sind das diese Leute, die Krebs haben? Ja, die haben über Krebs gesungen. Ganz viel. Also The Black Parade ist das Album überhaupt, ja. Das ist auf jeden Fall auf meiner All-Time-Top-Five. Das Most Album of All-Time ist das. Genau. Das ist das Album, was ich am meisten ein Album nennen darf. Okay, geil. Ich bin da nicht so hinterher. Hatten die nicht einen so einen recht bekannten Hit? Ich warte, ich google's mal. Ja, so Black Parade und Teenagers oder... Welcome to the Black Parade ist ganz oben. Genau. Alter, 255 Millionen Aufrufe. Okay, das ist so ein bisschen Bohemian Rhapsody-mäßig, kann man fast sagen, was so viele verschiedene Stile hat und dann auch sehr vielfältig ist. Ist schon so Emo-Musik. Ja, es ist Emo-Musik, meine Güte. Ich war auch Emo vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, 15 Jahren. Das war voll meine Zeit, so My Chemical Romance und wie sie alle hießen. Und jetzt kann ich sie zum ersten Mal live sehen. Ich war voll traurig damals, als sie sie aufgelöst haben und dachte, fuck ey, ich kann die nie wieder live sehen. Aber jetzt sind sie wieder aufgetaucht und sind in Top-Form und ich bin voll gehypt drauf. Haben auch einen neuen Song rausgebracht, den ich dann noch nicht ganz so krass geil finde, aber es ist so ein Song, den man mehrmals hören muss, glaube ich. Da nimm nur deine Nudeln mit, damit du das in den Top-Kochen kannst, wenn die in Top-Form sind. Scheiße. Wow, okay. Siehst du, Corona macht meine Schlagfertigkeit kaputt. Ich habe auch gelesen, dass bei Corona das Hirn so ein bisschen einschrumpft. Ja, aber das habe ich auch so schon. Also das wird wahrscheinlich jetzt nochmal vervielfältigt, dieser Effekt. Der Prozess wird verstärkt bei dir, ja. Was ich sagen wollte, was kostet eine Karte oder über Geld spricht man nicht, Herr FDPler? Ich muss mal kurz gucken, weil ich habe die ja über Soulfang quasi bekommen. Ich gucke mal kurz in die Medien rein, was auf dem Ticket draufsteht für den Preis. Oh ja, es waren 90,50 Euro. 90 Euro, Alter, da schlagern mir die Hoden. Ja, es ist mir wert, das ist halt eine meiner Kindheitsbands oder Jugendbands, kann man sagen. Ich verurteile dich da ja nicht für. Ich finde das nur, äh, ne? Im Subtext tust du das. Weißt du, wie viele Döner das sind, 90 Euro? Ne, ich rechne mal alles in Bubble Tea aus. Oh, Bubble Tea oder flüssiger Zucker. Krass, oder? Mal, 180 Bubble Tea. Die kosten so ungefähr 5 Euro etwa. Wie hast du denn das jetzt ausgerechnet? Du hast mit 50 Cent gerade gerechnet. Ich wollte gerade schon sagen, Bubble Tea kostet auch nicht 50 Cent. Ach ne, fuck. Ne, ich bin Mathe-Tino. Ich muss ganz kurz den Taschenrechner ausholen. Warte mal ganz kurz. Mathe-Robin hat Mathe-Tino berichtigt. Was ist das für eine verkehrte Welt? Ja, genau, ich habe andersrum gerechnet. Ich muss 90 durch 5 rechnen und nicht andersrum. Warte. Ich habe doppelt gerechnet. Fuck. Wo ist denn hier der Taschenrechner? Mathe-Tino ist ein 18. Das ist ein 18. 18 Bubble Tea. Ja, sorry. Es ist nicht so viel. Es ist auch für mich jetzt noch früher Morgen. Es ist ja Freitag 14.12 Uhr. Ich bin noch voll im Tiefschlaf. Es tut mir leid. Also, ich würde tatsächlich lieber auf ein My Chemical Romance Konzert gehen und mir da nochmal Corona holen, statt 18 Bubble Tea zu trinken. Ach, wieso nicht beides? Auf dem My Chemical Romance Bubble Tea trinken. Das ist mein Traum. Ich weiß nicht. Ich habe so schon einen Hang zum Zuckerkonsum. Aber Bubble Tea ist mir dann irgendwie eine Spur drüber. Das ist mir einfach... Ja, es ist flüssig und Zucker rein. Das ist ganz komisch. Ja, es gibt auch Bubble Tea Sorten. Da kannst du auch ausrufen, wie viel Zucker du reinhaben möchtest. Was für ein Zuckerlevel du willst. Also vor allem bei so Kaffeesorten und so. Das geht schon. Ja, noch ekliger. Kaffee-i. Ja, ich habe jetzt auch gestern beschlossen, dass ich einen Monat mache ohne Süßgetränke. Also keine Zuckergetränke. Ich werde den ganzen Juli keine Cola trinken, keine Brausen, kein Bubble Tea auch. Also ich werde echt einen Monat lang Wasser trinken. Oder diese komischen Süßteebeutel, die man auch kalt aufgießen kann. Ja, mach Wasser, mach Wasser. Und im Zweifel Kamillentee. Ich finde Kamillentee geht übelst geil, ohne Zucker einfach zu trinken. Bei anderen, also so Früchtetee ohne Zucker finde ich richtig abartig, muss ich sagen. Weil das dann so, dann ist die Note da so nur leicht und irgendwie ganz komisch. Aber Kamillentee kann ich dir wegziehen. Nee, ich trinke niemals Tee mit Zucker. Ich trinke jeden Tee pur. Auch Kamillentee. Aber den eher so, wenn ich Bauchschmerzen oder sowas habe oder ich erkältet bin. Ich weiß nicht. Also klar gibt mir auch andere Tees, aber ich bin generell auch kein großer Fan. Aber so Früchtetee ohne Zucker finde ich so ekelhaft. Ich weiß nicht, ist es bitter? Es ist auf jeden Fall so ein Geschmacksding von, nee, dann doch lieber Wasser. Das kommt drauf an. Aber kennst du diese süßen Kalttees, diese Teepäute, die du kalt aufgießen musst? Nee. Die sind halt auch ohne Zucker und ohne Kalorien und so weiter. Aber die schmecken trotzdem sausüß. Da gibt es dann so irgendwie Blueberry-Cheesecake-Geschmack und so. Voll weird. Das so viel zum Ernährungsbrennpunkt. Was ist denn die Woche so passiert? Und Tino erzählt gar nichts. Es ist eh alles egal. Es wird alles überschattet von der Meldung der Woche. Du hast es gesehen. Ich war gestern extra dafür im Livestream, weil ich die Ankündigung antizipiert habe. Und es ist passiert! Dragon's Dogma 2 wurde offiziell angekündigt. Juhu! Habe ich mir auch aufgeschrieben, auf jeden Fall. Tino, die ganze Gaming-Welt wartet seit 10 Jahren auf einen Nachfolger. 2012 kam Dragon's Dogma 1 raus. The Wind is pushing me. David Hine hat es noch bei Giga gespielt und war total begeistert. Ja? Robin Schweiger singt bis heute diese Hymne mit. Es ist einfach ein gutes Spiel. Und es war das allererste Spiel, was ich als Chatsplay auf Twitch gespielt habe. Dragon's Dogma 1. Naja, ich bin ja nicht so der Riesendrachen-Fan. Ich habe ja auch schon mal im Podcast erzählt, wenn es um Drachen geht in irgendwelchen Serien und Filmen, bin ich meistens raus. Ich weiß, Drachen sind irgendwie cool. Das Konzept hat auch irgendwie Potenzial. Aber mich langweilen Drachen, unglaublich. Tino, du hast letzte Woche erzählt, dass du mit Game of Thrones angefangen hast. Ja, ich weiß. I hate to break it on you. Ja, ich weiß auch, dass es da so ein bisschen um Drachen geht. Deswegen war es ja auch immer so ein Punkt zu sagen, ich will es nicht gucken. Und bisher, ich bin jetzt gerade bei Staffel 2, werden schon angerissen, diese Drachen-Themen. Aber es ist bisher noch sehr dezent und irgendwie noch okay. Und ich habe mal so mit 12, 13 so ein Spiel gespielt. Wie hieß das denn? Ich google das mal. Dragon Farm oder so. Das klingt schon scheiße. Das war auf so einer CD drauf, mit so kostenlosen Spielen. Ja, das ist nicht hier Dragon Farm. Also es ist nicht so ein... Dragon Farm Adventure? Warte mal, Dragons Farm? Ne, was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Da ist wieder irgend so ein Püppchen da. Ne, ne, das weiß ich gar nicht. Das ist zufällig ein anderes Spiel gerade tatsächlich. Das hieß irgendwie anders. Dragon Farm. Dragon Farm musst du zusammenschreiben, glaube ich. Dann ist das richtig. Das ist ein uraltes PC-Spiel. Siehst du mal, ein Spiel kann einen nachhaltig traumatisieren. Drachen sind doch geil, Mann. Nein, ich habe das Spiel auch nicht verstanden. Das war irgendwie so ganz komisch. Ich kam irgendwie nicht weiter und so. Aber nicht deswegen. Ich finde Drachen allgemein irgendwie so, hm, ist irgendwie, wird überbewertet. Das ist mein Urteil zu Drachen, wird überbewertet. Digga, es geht da auch gar nicht um die Drachen, Mann. Da sind Zyklopen, da sind Schimären. Das ist so geil. Das ist halt ein asiatisches Action-RPG, welches aber westliche High Fantasy verwendet. Und auch westliche, ja, so Gameplay-mäßig auch ein bisschen. So in der ganze Grafikstil. Und es ist dann halt eher so europäisches Mittelalter vom Setting. Aber es ist halt ein asiatisches Spiel. Und diese Kombination ist einfach so geil. Und das Beste ist ja, und ich fand diesen Seitenhieb richtig geil. Also ich habe zehn Minuten mich eigentlich nur beschwert. Das war so ein zwölf Minuten Video. Und ich habe zehn Minuten im Stream echt nur, oh nein, warum labern die so eine Scheiße jetzt hier? Zehn Jahre, Dragon's Dogma 1. Das interessiert doch keinen, wie ihr dazu gekommen seid. Und ganz am Ende haben sie dann ihren Pullover so aufgemacht. Und da hatten sie ein Dragon's Dogma 2 T-Shirt an. Und dann war ich voll drin so. Und seitdem finde ich alles gut an dem Video. Das war so, wie gesagt, eine Live-Premiere. Und wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich war jetzt so im Hype drin, Alter. Das sieht ein bisschen aus, finde ich, das Spiel Dragon's Dogma, weil ich es gerade google, wie Gothic. Kennst du diese Spielreihe? Ja, ja, ja. Ist eine deutsche. Gothic PC. Ich wollte drauf hinaus, dass es einen Seitenhieb auf Elden Ring gab. Beziehungsweise auch auf die Dark Souls-Spiele. Die kennst du ja zumindest mal gehört. Und ein krasser Hype zurzeit sind. Und da gibt es halt auch so riesige Monster, gegen die du kämpfst. Und im Endeffekt hackst du nur an deren Füßen rum. Und das war so ein kleiner Seitenhieb, denn in Dragon's Dogma ist eines der geilsten Features, dass du an jedem Gegner hochklettern kannst, auch wenn es menschliche Gegner sind. Witzig. Und das ist halt einfach so geil, wenn du da auf so einem Scheiß, auf so einem Raben sitzt, auf so einem, wie heißen diese Viecher, Alter, das ist so ein Drachenvieh, was aber einen Hühnerkopf hat. Das hat auch so einen speziellen Namen. Und dann fliegt das in die Luft und du hängst da dran und schlachtest das Vieh ab in der Luft. Es ist so geil. Ja. Ja, bestimmt. Nur gut. Ich seh schon. Gothic 3 war so ein Spiel, was mein Nachbar immer gespielt hat. Mein Nachbar ist bester Kumpel. Also mein bester Kumpel, der mein Nachbar war. Und ich hab das immer nicht geschafft. Ich hab immer voll gern zugeschaut, aber ich hab das nicht gern gespielt, weil ich da einfach schlecht war. Ich hab das so gespannt zugesehen, wenn er gespielt hat. Das war so eine richtige krasse Kindheitserinnerung gerade. Gothic 3 ist das, glaub ich, genau. Kam alles wieder. Ich glaub, Gothic 3 war aber nicht so beliebt, weil's verglitscht war, wenn ich mich gerade nicht täusche. Das weiß ich nicht. Aber ja, es ist grob ähnlich, aber auch eigentlich gar nicht. Aber ja, Grafikstil so, das kannst du dir schon so vorstellen. Aber halt, stell dir das vor, Alter, Asiaten gucken nach Europa, nach Mittelalter und denken, oh, da machen wir jetzt ein Spiel draus. Und setzen da irgendwelche krassen Monster rein. Geil. Ja, ist bestimmt cool. Ich werd mir das mal anschauen, wenn du es vielleicht let's playst oder so. Aber es ist für mich kein Spiel zum Spielen. Ich bin, wie gesagt, eher so der City Skylines-Typ, der Sims-Typ. City Skylines wird jetzt das neue Ding neben AfD und Wrestling. Das wird ja einfach in jedem Podcast getroppt. Weil das mein Livestreaming auf Twitch ist, ja. Also, wenn ich was zocke auf Twitch, dann ist es City Skylines. Das ist so entspannt. Du kannst nebenbei quatschen. Du kannst, es stresst nicht. Das ist für mich perfekt. Ich hab auch eine Zeit lang früher echt so eine Phase gehabt, wo ich so fucking BDFL-Manager und Fußball-Manager hab ich da gespielt. Das hat irgendwie einfach Spaß gemacht, weil man es so nebenbei machen konnte. Man musste vor allem nicht selber Fußball spielen. Wir hatten auch damals für die Playstation, glaub ich, oder für den PC, der Football-Manager. Und ich hasse Fußball. Ich find das langweilig, aber das zu managen und die Spieler dann irgendwie einzukaufen, so zu trainieren und so und das Aussehen des Managers zu bestimmen, das fand ich richtig cool. Ich bin da so der Manager-Typ, glaub ich. Kann ich nachfühlen. In Spielen. Aber heutzutage hab ich da nicht mehr so den Drive zu. Naja. Macht ja nix. Es ist aber noch mehr passiert diese Woche, Tino. Denn während alle auf Dragon's Dogma gucken, haben sich die Leute an der Macht gedacht, haha, das nutzen wir aus. Jetzt sind alle abgelenkt von dieser Ankündigung. Jetzt unterzeichnen wir, dass Assange ausgeliefert wird. Ja, ich hab's auch heute Morgen erst gelesen, tatsächlich. Das ist der Ricky Leaks-Gründer, Julian Assange, der lange Zeit in der ... Was war's für ne Botschaft nochmal? Nicht, ähm ... Ich komm grad nicht drauf. Du meinst ... Ach so, ja, die Dings-Botschaft in London. In London, genau. Wo es sich verbreitieren konnte für viele Jahre. Und soll die jetzt ausgeliefert werden. Und es passiert wohl. Und es wird wahrscheinlich nicht gut für ihn ausgehen. Also ich hoffe, dass er nur ins Gefängnis kommt und nicht mehr passiert. Ja, also 144 bis 175 Jahre hab ich so an Zahlen gesehen, die er ins Gefängnis muss. Ich glaube, das überlebt er nicht ganz. Nee, also er wird nicht mehr rauskommen vermutlich, aber ... Wenn er überhaupt ins Gefängnis kommt, vielleicht wird er auch einfach in den Rücken geschossen. Also es ist auf jeden Fall schwierig, ein herber Schlag für den Journalismus. Auch wenn natürlich viel Kritik auch an Wikileaks vielleicht ein bisschen berechtigt ist. Was ich auch nicht so geil finde. Zum Beispiel, dass die Panama Papers ursprünglich von denen bezeichnet wurden als Angriff gegen Putin und so. Von George Soros irgendwie inszeniert. Da gibt's schon Kritik hier und da, ja. Absolut, aber im Großen und Ganzen ... Aber noch ist es nicht entschieden. Ist es nicht in Ordnung? Weil er kann wohl noch Einspruch einlegen und dann wird er erst abgeschoben. Ja, aber das ist ja auch irgendwie so das Mantra seit drei, vier, fünf Jahren, oder? Noch ist das nicht final, da kann noch dies, da kann noch das. Man weiß es nicht. Das ist ja auch ein scheiß Leben, ne? Erst musst du dich ewig in so einer komischen Botschaft verstecken, auf so echt kleinsten Raum. Dann wirst du irgendwann nach ein paar Jahren rausgezogen, kommst da ins Gefängnis, soll es abgeschoben werden. Und jetzt fahrst du quasi nur auf die nächste Abschiebung. Er hat ja auch kein richtiges Leben mehr. Also ich will dich in seiner Haut stecken. Ja. Also ein schlechter Tag für jeden Journalisten, eigentlich auch für jeden Menschen so. Mhm. Und ich fand einen Top-Kommentar, den ich dazu gesehen habe, sehr gut. For exposing war crimes, Doppelpunkt, arrest, abuse, Antipathie. Und for committing war crimes, Doppelpunkt, money, medals, markets. Fand ich sehr gut. Ja, ist ja echt so, halt tatsächlich. Gerade im Zuge dessen, dass George Bush zum Beispiel vor kurzem diesen tollen Versprecher hatte. Den Freudchen. Naja. Ja. Wir drücken auf jeden Fall, also ich drücke auf jeden Fall, Julian, alle mir zur Verfügung stehenden Daumen, dass er nicht ausgeliefert wird. Auch wenn er jetzt nicht nur ein geiler Typ ist. Vielleicht können wir mal die Saudi-Regierung fragen, ob da vielleicht noch so ein paar abgetrennte Daumen rumliegen. Ja, zum Beispiel. Wir können echt jeden Daumen gebrauchen hier. Ja. Habe ich auch ein sehr witziges Video gesehen. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber passt so ein bisschen dazu. Es gibt so ein Tennis-Turnier. Bin ich komplett raus, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich da drüber gestolpert bin. Aber von Saudi-Arabien wird halt so ein Tennis-Turnier veranstaltet. Und das nennt sich quasi Sportswashing, was man da macht. Wie Greenwashing, dass man quasi sagt, ah, guck mal hier, wir haben diese tollen Sport-Events. Hat ja auch zum Beispiel Hitler damals gemacht, die Olympischen Spiele hier auszutragen und sowas. Und damit quasi so das Image auf der Welt zu polieren, weißt du. Und da haben Leute sehr viel Geld bekommen, irgendwelche Spieler, um da mitzuspielen. Und dann merkt man so richtig in so einer Fragerunde, dass sie noch nie ernsthaft schwere Fragen gestellt bekommen haben. Und dann werden halt von so britischen Journalisten so Fragen gestellt wie, ja, wo würden sie die Grenze ziehen? Also wenn Russland jetzt so ein Turnier veranstalten würde, würden sie da auch hingehen fürs Geld? Oder wo würden sie die Grenze ziehen? Und er guckt richtig sauer, der Typ, der da befragt wird. Also dieser Tennisspieler. I don't have to answer this. So gut, Alter. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Reaktion. Hat eigentlich damals Nutella auch Sportswashing gemacht? Mit ihren ganzen Kampagnen. Nutella? Nutella, na klar. Weil Nutella haben doch immer Werbung gemacht mit irgendwelchen Sportlern und so. Achso, mit Fußballern. Genau, mit Fußballern. Und es wäre ja gesund, wenn man zu Frühstück Nutella-Brot isst, dann kann man Tore schießen. Das war ja auch alles, alles Sportwashing. Nutella, basically, drittes Reich. Ja, auch braun. Also. Ja. Ja, doch. Also ich boykottiere tatsächlich Nutella schon sehr, sehr lange. Also auch schon bevor ich vegan wurde. Ich habe halt echt 50 Zentimeter neben mir ein Nutella-Glas liegen. Es tut mir leid, meine Mutter hat es mir mitgebracht. Ich bin da auch nicht konsequent, leider. Es ist ja auch, was für eine Marke ist es nicht Kinder, es ist Ferrero, ne, oder? Ja. Nutella, genau. Es gibt auch Dinge von Ferrero, die ich esse leider, die ich auch manchmal kaufe. Aber Nutella, erstens schmeckt es mir ja nicht mehr, seitdem sie diese Rezeptur geändert haben. Und zweitens ist es einfach irgendwie, sollte man so wenig Sachen konsumieren von Ferrero, finde ich, wie möglich. Ja, was ist denn ganz Schlimmes an den Ferreros? Auch so mit Schokoladenhandel und so, das ist alles nicht so knusper. Schokoladenhandel, Alter. Der Schokoladenhandel, der ist schlimmer als der Drogenhandel. Ja, dass auch irgendwie Leute ausgebeutet werden und so weiter. Ihr könnt es bei Google eingeben, warum ist Ferrero schlecht? Etwa 200.000 Tonnen Palmöl kauft Ferrero jährlich bei mehreren Großhändlern. Ja, Palmöl, okay, das ist natürlich so eine Sache. Aber das ist ja nicht zwangsläufig, weil dann, also Palmöl, oder ist, bei Palmöl ist doch nicht der große Kritikpunkt, dass die Leute ausgenommen werden, oder? Na, auch. Auch. Das zieht sich ja durch die ganze Branche, so durch die ganzen Schokoladenherstellungsfirmen. Da habe ich auch mal eine Doku gesehen zu diesen ganzen Schokoladenbauern, die es da gibt auf der ganzen Welt, wie die ausgenutzt werden, von den großen westlichen Firmen. Ich müsste es nochmal nachrecherchieren, was es genau war bei Ferrero auch und wie groß der Anteil davon war. Aber auf jeden Fall hat mich diese Dokumentation dazu veranlasst, das weniger zu essen und zu kaufen. Schön, das hast du gut gemacht. Ja, also Nutella ist halt auch teuer, sowas kaufe ich mir in der Regel einfach auch nicht, weil es halt übelst viel kostet. Aber weißt du, ich bin krank und meine Mutter bringt mir ein Care-Package vorbei. Ist ja auch süß, würde ich auch essen. Und dann habe ich Nutella im Haus, das ist doch einfach, also es gibt auch wenig Produkte, wo ich echt sage, da ist das, ich sag mal original, mein Ding so. Das habe ich nur bei Sprite und bei Nutella. Also es gibt für mich keine bessere Alternative zu Nutella, außer es ist dann halt was anderes. Ovo Maltine zum Beispiel finde ich geil, aber das finde ich ist ein bisschen was anderes. Aber bei Sprite und bei Nutella ist es halt echt so, ja, da merkst du halt irgendwie einen Unterschied. Was ich ganz schlimm finde, ist in Hotels, wenn die diese ganz kleinen Nutella-Päckchen haben aus Rastik. Ja, das ist richtiger Schwachsinn, Alter. Ja, richtig eklig. Ich muss immer darauf zurückgreifen, als ich in einem Hotel war in Berlin, glaube ich. Da hatten die echt kein veganes Frühstück. Es gab halt Brötchen und es gab Wurst und Käse und Käseaufstriche und hatten Nutella. Ja, Brötchen, du hast doch. Ja, ein trockenes Brötchen, das war nicht so mein Ding an dem Morgen. Und da habe ich dann quasi O-Saft getrunken, ein Brötchen und hab ein bisschen Nutella drauf geschmiert, weil ich das wenigstens ein bisschen lecker finde. Und ja, also das war richtig ein sehr trauriges Frühstück für mich zumindest. Ja, aber Nutella ist ja auch nicht vegan, oder? Nee, aber es kam am nächsten dran. Der hat noch kein Hummus und so. Es war auch jetzt ein Hotel, was irgendwie jetzt auch nicht fünf Sterne war. Aber trotzdem war es so irgendwie so ein, weiß ich nicht, ganz okayer Preis. Und dass sie ja nichts Veganes zum Frühstück hatten, habe ich sehr gewundert. Doch ein paar Gürkchen hatten die noch. Gürkchen und Tomaten. Gürkchen. Gut, sehr schön, Tino. Da haben wir jetzt auch mal über vegan gesprochen, das ist das nächste, was sich einreiht bei AfD-Wrestling und City-Skylines. Ich habe immerhin Dragon's Dogma erwähnt, eine meiner Leidenschaft. Übrigens, Skateboard, Skateboard. Was halten wir denn von der O-Bis-O-Maskenregel, die heiß diskutiert wird, Tino? Was für eine Maskenregel? Hast du das mitbekommen? Es gibt das O-Bis-O im Straßenverkehr, nämlich von Oktober bis Ostern, soll man die Winterreife aufziehen, plus minus. Und das O-Bis-O ist jetzt auch bei der Maskenregelung im Gespräch, dass es quasi immer über den Winter eine Maskenpflicht gibt und über den Sommer eher nicht. Und alle Welt regt sich auf. Und ich glaube, wenn wir einfach so ein bisschen eher die Mentalität hätten von diversen asiatischen Ländern, um jetzt auch mal meine Leidenschaft, Japan, hier auch nochmal zu erwähnen, dass es einfach selbstverständlich ist, wenn man krank ist, eine Maske zu tragen, dann bräuchten wir das alles nicht. Aber wir haben diese Mentalität nicht. Und da ist es halt ganz normal. Und wenn es für dich ganz normal ist, dann beschwerst du dich auch nicht darüber, dass es irgendwie uncomfortable ist. Ja, aktuell gehen ja auch die Corona-Zahlen wieder sehr nach oben, was viele gewundert hat. Aber ich glaube, gerade auch dieses 9-Euro-Ticket und so, dass man wieder alles machen kann und Konzerte. Ja, ich bin schuld. Du bist schuld, speziell du natürlich. Ist auch hier in meiner Warn-App so drin. Dank Gruppe Nosterafu steigen die Zahlen wieder immens an. Und also ich trage weiterhin Maske, wo viele Menschen sind, wo es sehr eng ist und so weiter. Tue ich immer noch. Und ich bin fasziniert von Menschen, die zum Einkaufen muss man ja keine Maske mehr tragen. Das ist ja freiwillig. Ja, manche tragen eine unter der Nase dann. Weißt du? Geil. Das ist so dieses, sie müssen es nicht, machen es, aber machen es halt falsch. Und zwar bewusst falsch. Das sind so Menschen, die ich von Grund auf verabscheue. Okay. Zack, 20 Hörer verloren. Na toll. Von mir aus. Was ich sagen wollte, auf dem Konzert wirst du Maske tragen. Es ist glaube ich draußen. Das beantworte die Frage nur indirekt. Da hast du es geschickt umschifft. Weil es draußen sein wird, vermutlich eher nicht. Also wenn es drin ist, wie jetzt auch bei den Ärzten, werde ich eine tragen vermutlich. Aber ich werde nicht, wenn es draußen ist. Dann macht es glaube ich nicht so den großen Sinn. Ja, also da fünf von sieben sich angesteckt haben auf diesem Event, auf dem wir waren und es war auch draußen, kann es schon. Also es ist natürlich nicht 100% sicher, dass es wirklich da passiert ist. Aber das ist das Einzige, wo wir alle waren. Also es ist schon sehr wahrscheinlich. Es ist schon möglich, ja. Also in dem Zug oder in der Homeparty danach waren halt nicht alle dabei. Und das Konzert war das Einzige, wo wir alle waren. Also es ist schon wahrscheinlich. Und ich habe da auch kurz drüber nachgedacht. Aber erstens ja, Outdoor und zweitens, also Maske stört mich halt wirklich gar nicht. Aber wenn du mit Maske da irgendwie am Abhotten bist und in der Wall of Death irgendwie rum bist, rumeierst und rumspringst, also da verrecke ich dann doch an Atemnot. Ja, das mache ich auch. Und ich bin ja eher so der Geschilde, der irgendwie beim Tontechniker daneben steht und irgendwie zuguckt. Ich bin ja jetzt kein Pogo-Mensch oder so oder kein Dancer auf Konzerten. Na gut, Tito, na gut. Dann wünsche ich dir alles Gute und nimm dein Rasierkling mit. Und ich wünsche alles Gute Herrn Kleine. Oha, was mit dem? Herr Peter Kleine, hier die Schlagzeile. Kleines Glück ist besiegelt. Weimar's Wobé hat geheiratet. Oh nein. Und hat er auch ein kleines Wunder in seine Frau reingespritzt? Silke Vorspuhl hieß seine, oder heißt die, oder heißt die jetzt vielleicht Silke Kleine? Keine Ahnung. Jedenfalls hieß sie vorher Silke Vorspuhl und haben am Samstag geheiratet. Ganz toll. Das Foto ist auch so toll. Das kann ich dir direkt mal schicken, wenn du möchtest. Schick's mal. Peter Kleine ist unser Oberbürgermeister für Leute, die dieses Meme vielleicht nicht mitbekommen haben. Ach stimmt. Ganz, ganz toll. Und sie lächeln so süß auf diesem Foto. Die lieben sich, glaube ich, wirklich. Also es ist besser als jede Royal-Hochzeit. Meine Meinung. Ach, gucke an. Schön. Herr Kleine, alles Gute. Hoffentlich kommen Sie weit bei uns in dem Podcast. Ja. So, Herr Kleine hat geheiratet. Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Vorspuhl. Vorspuhl. Das Ja-Wort, Alter. Ich hasse diese Formulierung. Das Ja-Wort. Warum? Kannst du mir auch das Nein-Wort geben? Oder das Vielleicht-Wort. Ich gebe ihr das Vielleicht-Wort. Warum sagt man nicht einfach, sie geben sich das Ja? Warum muss das Wort dahinter? Ja ist doch schon ein Wort. Ich gebe ihm das Ja. Wir machen hier halt gerade einen Podcast-Wort. Nee, klingt vielleicht ein bisschen ernster dann. Das Ja-Wort. Das ist wie ein Wort geben, weißt du? Also jemandem ein Versprechen geben. Ich gebe dir mein Wort. Ich gebe dir mein Ja-Wort. Verstehen Sie? Nein-Wort. Jedenfalls Herr Kleine, alles Gute zu Ihrer Hochzeit. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen und dass wir endlich mal unseren Oberbürgermeister-Podcast machen können. Yes. 200. Ausgabe. Also wir haben ihn ja noch nie wirklich angefragt. Oder hat es ihn mal angefragt? Nein, nicht wirklich. Ja, vielleicht machen wir das mal zur 200. Folge. Jetzt ist voll die Maske gefallen. Jetzt dachten alle Hörer und Hörerinnen bis jetzt, dass wir ihn ständig anfragen würden. Da haben wir ihn noch gar nicht gefragt. Das ist ein vielbeschäftigter Mann. Jedes Wochenende heiratet er. Jemand Neues. Apropos heiraten. Es gibt eine Frau, die ist nicht mehr verheiratet, weil ihr Mann ist gestorben. Ja, shit. Das ist die Queen. Die Queen hat es jetzt geschafft, die zweitlängst auf dem Thron sitzende Monarchin der Welt zu sein. Was hatten wir? Ich glaube, noch zwei Jahre muss sie durchhalten. Dann ist sie Platz eins. Und ich wünsche es ihr. Wir haben ihr schon oft den Tod gewünscht, aber ab jetzt drücke ich ihr die Daumen. Das ist nicht ganz richtig. Nein, wir haben ihr nicht den Tod gewünscht. Wir haben auf ihren Tod gewettet. Das ist ein großer Unterschied. Das sehe ich auch so, ja. Nee, die wird noch lange überleben. Die wird noch uns beide überleben, Robin. Ja, ich hoffe es doch. Sie könnte sogar überleben, bis Assange wieder aus dem Gefängnis rauskommt. Ui. Ja, ich glaube auch, dass sie noch freisprechen wird. Die wird irgendwann noch für alle überraschend die USA überfallen und wird dann die Weltherrschaft an sich reißen oder die Weltdamschaft an sich reißen. Und auch ihre Mutter ist ja sehr alt geworden, ne? Die ist auch um ihr 100 geworden und ich denke mal, dass das bei ihr auch klappen kann. Na, bestimmt. Und die ist auch noch fit. Also wenn man die so auf so Veranstaltungen sieht, ist sie ja noch immer relativ, also sie geht immer so ein bisschen gebückt, so ganz leicht mit dem Kopf nach unten. Aber sonst wirkt sie immer noch sehr, wie sie immer lächelt und Interviews gibt. Sie ist ja eigentlich schüchtern. Eher ein bisschen schüchtern vielleicht, ja. Geil. Ja, letzte Woche hatten wir auf jeden Fall einen Überfluss an YouTube-News. Diese Woche nicht ganz so viel, aber eine große Sache geht in die zweite Runde. Seven vs. Wild. Hast du das geschaut? Es ist doch diese YouTube-Show, wo so sieben YouTuber-Leute in der Wildnis sind, oder? Yes. Aber es sind, glaube ich, keine YouTuber-Leute. Ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht so wirklich was davon, weil ich die erste Staffel nicht gesehen habe. Aber das geht jetzt in Staffel 2 und es gibt eine Wildcard, also es kann theoretisch jeder mitmachen. Und ich würde eigentlich sehr gerne zeitnah auch eine Bewerbung da einschicken, aber noch bin ich positiv. Alles dumm. Ja, wäre jetzt nicht so meins, glaube ich. Eine Woche in der Wildnis? Ist doch Spaß. Nee, da gehe ich eher zu, du machst Singer oder so, aber das mache ich nicht mit hier. Okay. Du Diva. Ja. Und Knossi macht wohl auch mit? Ich sehe ja irgendwie ein Foto von Knossi. Nee, ziemlich sicher nicht. Ich glaube nicht. Also die haben auch gesagt, bei dieser Wildcard, wo jeder mitmachen darf, die wollen explizit keine YouTuber. Also theoretisch bin ich auch gar nicht zugelassen, weil mein Hauptkanal zu viele Abonnenten hat. Aber erstens, was sind Abonnenten heutzutage? Zweitens habe ich die ausgeschaltet. Gar nichts mehr. Die sind nichts wert, die Abonnenten. Nichts. Nee, hier steht Staffel 2. Folgt Knossi dem Ruf von Fritz Meinecke? Also oftmal wurde er gechallenged, da mitzumachen, aber er macht nicht mit. Also noch nicht. Okay. Geil. Und du bist ja auch in Tausend-Sasser. Wenn Knossi mitmacht, mache ich nicht mit. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache mein Video halt so, ey Leute, also man soll halt ein 8-Minuten-Video einschicken, wie man ein Abenteuer erlebt und sich selbst dabei filmt und ich habe mir so gedacht, ich erlebe das Abenteuer beim Nachkauf, mir eine Milch zu holen und dokumentiere das dann, mein Survival dahin. Warum ist das so ein Survival-Game, eine Milch zu holen? Naja, ich mache mich ja drüber lustig. Ach so. Ja. Ich brauche vielleicht so eine Art Hofnanen dort bei dieser Sendung, da kannst du da so ein bisschen der Spaßvogel sein, der Quatschkopf, der dann zuerst rausfliegt. Ja, aber ich glaube, die sind alle separat voneinander. Also jeder filmt sich da, also die sind, weißt du, sieben verschiedene Leute, sind alleine in der Wildnis, soweit ich weiß. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt wie, ich bin ein Star, holt mich hier raus oder so. Nee, nicht ganz. Ich habe es ja, wie gesagt, auch nicht gesehen, aber ich hoffe, ich bin die Tage mal negativ und dann werde ich das mal angehen. Du filmst doch zu Hause, das große Abenteuer der Quarantäne. Auch sehr gut, ja. Oder wie du mit positiven Status einkaufen gehst. Oh ja. Obwohl du es gar nicht darfst. Ein Abenteuer für alle anderen. Ja, genau. Geil. Ich bringe andere gerne in Gefahr. Und naja, was außerdem noch in eine gleiche Kerbe reinschlägt, ist, dass Squid Game in Real Life jetzt Real Life wird. Nicht mein Video. Nein, es wird eine Netflix-Serie geben, die Squid Game Challenge. Und auch da kann man sich bewerben. Wäre das eher was für dich, Tino? Nur wenn die Menschen dabei sterben. Dann würde ich da zuschauen. Sonst ist mir das zu langweilig. Leider das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du mit leeren Händen rausgehst. Es werden 456 Leute, glaube ich, zugelassen. Und der Pot sind 4,56 Millionen, der zu gewinnen ist am Ende. Na, ich hab ja die Serie nicht so verfolgt. Ich hab so ein paar Folgen mal reingeguckt so. Da gab es auch so Challenges, wo man echt sterben kann dabei. Wo die über irgendwelche Glasplatten springen müssen. Und bei den falschen, dann fällst du irgendwie auf Fußbooten oder sowas. Da ist ja dann auch die Frage, wie die das dann lösen wollen. Ob es dann echt so ein Wischiwaschi-Ding ist, wie bei Takeshi's Castle, was nicht wirklich gefährlich ist. Du kannst das ja machen, aber unten sind dann halt Luftmatratzen oder so, die dich auffangen. Wenn du runterfällst. Stimmt. Und vielleicht kein echtes Glas. Ich würd's mir vielleicht anschauen. Ja, wenn es echt sowas ist wie Takeshi's Castle, kann ich mir schon vorstellen, es zu schauen. Ja. Also ich werd mich da auf jeden Fall bewerben. Wirklich? Und wo drehen die das? Waxel, Briss Ehren schon versprochen. Und zweitens, wo sie's drehen, keine Ahnung, aber es ist, äh, also aus der ganzen Welt werden Leute, ich kann mir auch vorstellen, dass das dann wirklich so ein, ohne jetzt da eine Agenda hinter wieder irgendwie zu wittern, aber dass das so ein sehr diverser Cast werden soll. Weil das auch einfach interessant ist, wenn, wenn halt aus der ganzen Welt irgendwie, stell dir mal vor, irgendwie zwei Leute aus jedem Land der Welt oder sowas. Das wär schon nice. Sehr cool. Und einen schwarzen oder so. Ja. Das wär schon sehr multikult hier. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, ob das so, ob du sportlich dafür sein musst. Also wollen die jemanden finden und einen Gewinn lassen, der alles kann, der klug ist, strategisch ist und sportlich. Da kann man da auch als so, als so Impf, äh, so ein Pimpf wie ich, der halt unsportlich ist, da auch dran teilnehmen und gewinnen, weil er dann eine Chance hat. Bei Schlag den Stars zum Beispiel gibt's ja verschiedene Kategorien, aber die sind meistens immer sehr, sehr sportlich, die Teilnehmer. Das sind ja meistens Männer, die da teilnehmen. Und die müssen ja meistens ja sportlich sein, um da überhaupt eine Chance zu haben. Die wollen bestimmt nichts Bestimmtes, aber wahrscheinlich wird gewinnen, wer alles so ein bisschen hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgend so eine 80-jährige Oma gewinnen wird. Aber die müssen einen einladen, find ich, ne, Oma. Ja. Damit's auch, auch wie die echte Serie ist. Ja. Also ich bin gespannt, aber noch gespannter bin ich auf etwas anderes. Nathan Fielder macht was Neues. Puh, das muss man erst versetzen lassen. Ich weiß, das ist genauso geil wie Dragon's Dogma 2 für viele, aber wer nicht Nathan For You kennt, muss es unbedingt nachholen. Ach der, ja, der ist großartig. Das stimmt. Der ist super lustig. Genau. Und egal, was er anfasst, wird zu Gold. Ich sag's, wie's ist, die neue Sache wird irgendwas, man weiß es nicht genau, auf HBO, The Rehearsal wird es heißen. Man weiß darüber nichts, der Trailer ist total kryptisch, aber ich bin mir sicher, es wird ein absoluter Bänger. Ja, der ist ja auch so ein schmerzfreier Typ, ne, der macht irgendwie alles und ihm ist nichts peinlich. Und kann auch richtig ernst bleiben, wenn da Leute verarscht. Ich hab das Gefühl, der hat so ein bisschen seine echte Persönlichkeit irgendwie mal 10 genommen und spielt sozusagen dadurch eine Rolle, aber ist authentisch und kann dadurch, weißt du, er hat so ein bisschen so eine Freiheit irgendwie. Also es wirkt für mich so. Wenn es eine komplette Rolle ist, wenn er wirklich in echt nicht ansatzweise so ist, dann holy shit, Best Actor, 10 von 10, gebt ihm alle Oscars. Mega geil. Also wirklich, wer ansatzweise was von Pranks hält und ich denk mal, das sind ein paar Leute, die zuhören und Nathan for you noch nicht gesehen hat, ganz, ganz dringend nachholen. Es gibt auch einzelne Folgen auf YouTube oder Ausschlüsse zumindest und in der Regel, wenn man zwei, drei gesehen hat, ist man drin und will alle sehen. Das ist einfach so geil. Er verarscht halt eher so, ja, Geschäfte und Leute, die sich irgendwie was aufbauen wollen oder die irgendwie, also es geht wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, weil er zu bekannt ist, aber damals war es halt wirklich so, er geht als helfender Visionär zu struggling Businesses mit total absurden Ideen, wie zum Beispiel in einem Porzellanladen eine neue Policy zu machen, if you break it, you buy it, so was ja erstmal gar nicht so abwegig ist, aber dann spitzt sich das halt so zu, dass er irgendwie in Bars geht und Leute dann überredet, auf eine Kostümparty zu gehen, sich dann ein Kostüm anzuziehen, also diese Besoffenen sind dann halt keine Schauspieler, sondern echte Menschen und dann geht er halt so kostümiert in diesen Porzellanladen rein und er zerbricht natürlich dann da was, weil es, es ist so absurd, weil es da drin kostenlos Pizza gibt, es ist so großartig. Also wo die Ideen herkommen, unfassbar und ein Staffelfinale war, es gab einen Roboter, der gebaut wurde und der wurde so programmiert, dass der innerhalb von irgendwie zehn Minuten seine Hose öffnet und seine Unterhose runterzieht, wenn er es nicht schafft, sich rechtzeitig zu befreien aus seinen Fesseln oder was er da hat. Klingt ja erstmal nicht so weiter dramatisch, aber vor ihm ist halt eine Gruppe von kleinen Kindern, die sich dieses Spektakel angucken. Und wenn er es nicht rechtzeitig schafft, dann wird er offiziell in Amerika als Sex Offender registriert und das geht halt dein Leben lang nicht weg. So. Das habe ich gesehen, das fand ich witzig. Es ist so fucking genius, aber der doppelte Boden ist halt, dass die Eltern auch vorgeführt werden, die ihre Kinder da zur Verfügung stellen. Es ist unfassbar gut einfach. Ja. Also, Nathan for you. Mega. Kann man empfehlen. Ich habe auch die Woche jetzt gar nicht so viele Themen, sehe ich gerade. Ich habe echt ganz wenige Links gespeichert und ich muss natürlich jetzt mein großes Thema hervorholen, weil es einen riesigen Skandal gab. Du kannst es dir gar nicht vorstellen, aber der WWE-Chef Vince McMahon musste zurücktreten. Alter, ich habe so oft schon Vince McMahon gehört von dir gefühlt. Ja. Und warum jetzt, oh, da gab es bestimmt einen Sex-Skandal wieder. Ja, so eine Art. Er soll, also es ist noch nicht bestätigt, aber er soll eine Affäre gehabt haben mit einer Mitarbeiterin. Das ist jetzt schon so wenige Jährchen her, so zwei, drei, vier Jährchen her. Nicht minderjährig, langweilig. Nee, nee, die war schon erwachsen tatsächlich und er muss ihr Schweigegeld bezahlt haben von drei Millionen Dollar und jetzt wird er wohl angeklagt wegen Veruntreuung oder so ein Scheiß. Wie heißt das denn? Untreue? Oder Veruntreuung sagt man da eher bei Geld? Ja, das stimmt, aber er hat das Geld wohl nicht genommen aus der Staatskasse, sondern zwar aus der WWE-Kasse, sondern aus seiner eigenen Kasse. Es gab irgendwo auch einen Begriff, genau, Verletzung der Treuepflicht heißt das. Okay. Und jetzt übernimmt seine Tochter, die ja erst vor kurzem entlastet worden ist, weil die wohl nicht genug Einnahmen erbracht hat, weil die ist im Marketing gewesen. Also Stephanie McMahon. Und die muss jetzt quasi das übernehmen erstmal und darf übernehmen. Stephanie McMahon, Alter, das ist so gut. Das ist quasi die Ehefrau von Triple H, der ja inzwischen auch viel zu sagen hat backstage. Triple H. Ich weiß, dass der existiert, aber ich hätte gerade kein Bild im Kopf. Ich muss ihn gerade mal eben. Das ist der Wrestler mit dem Schlaghammer immer, der mit dem Motorhead-Song reinkam. Ah, der. Der war für mich damals immer eins mit The Rock, aber irgendwie haben die sich ein bisschen auseinandergelebt, karriere-technisch. Ja, aber die waren beide sehr große Stars, The Rock und Triple H. Und Triple H hatte voll den coolen Finishing-Move. Der hieß Pedigree, so wie das Hundefutter. Und dann nimmst du quasi deinen Gegner so zwischen deine Beine, wie er halt nach unten guckt, und lässt quasi sein Gesicht auf die Matte fallen, was voll gefährlich ist. Okay. Und, aber heißt das wirklich wegen dem Hundefutter so? Ich weiß nicht, wann der Name herkommt. Das ist irgendeine Bedeutung halt im Englischen. Oder vielleicht bumsen die dann Doggy-Style in dem Move. Weil, wenn ich den auch gerade google, ich frage mich jedes Mal, warum haben diese super mächtigen, krass männlichen, voll hetero Männer alle solche Schlüppis an? Na, damit die halt nicht so gut greifbar sind. Naja, aber das ist doch gerade gut. Das hat schon seinen Sinn. Also erstmal ist das alles fake, Tino. Also wenn die vorher planen, greift mich nicht. Es ist gescriptet. Es ist nicht, da lege ich großen Wert drauf. Es ist gescriptet, nicht gefaked. Ja, okay. Da lege ich großen Wert drauf. Aber, weißt du, wenn man vorher sagt, Tino, ich hab zwar eine schlapprige Hose an, aber greift die mal nicht, dann wird das schon auch klar gehen, glaube ich. Die spielen auch Rollen, Robin. Die haben auch, es sind auch Kostüme. Du sagst auch nicht bei Game of Thrones. Oh, die drehen ja eigentlich in dem Studio, wo es warm ist, warum tragen die ja jetzt einen dicken Pelz. Das ist doch voll unpraktisch. Nee, die spielen halt eine Rolle und sollen halt Illusionen darstellen. Mich persönlich stört das ja nicht so, aber ich weiß doch, dass die Amerikaner, so die männlichsten Männer gucken das immer und dann freuen die sich eigentlich dran, wenn hier einer in so einem kleinen Schlüppi 69 mit irgendeinem anderen Typen macht. Das ist doch irgendwie ein bisschen, vielleicht haben die doch so in sich so ein paar Fantasien, die sie da so ein bisschen ausleben können. Ja, es kann doch sein, dass sie es machen möchten über diesen Weg. Kann doch sein. Ist doch voll okay. Und Menschen, die auf Männer stehen und auch die auf Frauen stehen, es gibt auch Frauenwrestling, die können sich da halbnackte Menschen angucken. Ja, aber man kann ja auch einfach, ich weiß nicht, ich bin da auch neulich schon auf Widerstand gestoßen, aber ich habe einfach ein Problem mit dieser Form, weil das die typische Kinder- und Oma-Form ist. Was für eine Form? Man hat diese Buchsen und dann ziehen diese Wrestler diese Buchsen an, Alter, das ist so komisch. Das sind halt so Schlüpfer, kann man sagen, ja, das stimmt. Aber es sieht auch trotzdem badass aus, finde ich. Naja. Oh, hier ganz schlimm, wer ist das? Macho Man Randy Savage, der hat es noch schlimmer. Der hat so einen Oma-Schlüpper, der noch höher geht. Ja, früher waren die nochmal anders geschnitten, die Schlüpper, das stimmt. Ganz komisch, Alter. Wie, wie, wie? Das sind halt Sportler, das ist halt, das muss so aussehen. Wie wurde das zum Inbegriff der Männlichkeit? Naja. Da fragt man sich ja bei vielen Dingen, warum das so gekommen ist. Warum die um Gürtel kämpfen, wenn die nicht mal Hosen tragen. Das ist das Gleiche, ja. Sehr gut. Jedenfalls, der große Chairman und CEO, Vince McMahon, tritt zurück vorerst als die Person, die das quasi aufgebaut hat, die ganze WWE. Da zerbricht jetzt eine Welt in dir, ne? Eigentlich nicht, weil alle warten drauf, dass er endlich mal zurücktritt, weil er ganz schwierige Entscheidungen trifft und das Produkt immer schlechter wird. Ah, okay. Na gut. Deswegen hoffen wir mit Stephanie McMahon, die auch sehr auf Diversität achtet, bei den Superstars, dass die jetzt auch mehr zu sagen hat. Das stimmt. Es wird auch längste Zeit, dass man einen Asiator auf die Fresse kriegt. Ach so, davon geht, also das finde ich, ist relativ, nee, ist nicht ausgeglichen gerade. Aktuell nicht. Es gibt gerade immer noch sehr viele weiße Männer im Wrestling. Werden schon Transmenschen verflügelt beim Wrestling? Ey, nicht bei WWE, aber bei AEW, da gibt's eine Transfrau. Und die kriegt dann schön auf den Maul. Und das Spannende, nee, die ist auch sehr kräftig und sehr stark und war auch schon Champion. Und da gab's dann von so einem ehemaligen WWE-Wrestler dann die Kritik, das ist ja voll unfair für ein ehemaliger Mann, der jetzt bei den Frauen antritt. Und ich denk mir, Alter, es ist doch eh nicht echt so. Es ist doch eh, naja, es ist ja, das finde ich geskriptet, aber das kann ich mir im richtigen Sport, wo es im Wettbewerb geht, schon eher vorstellen, die Kritik als jetzt im Profi-Wrestling, wenn das ja eh wie eine Serie ist. Ist schon alles lächerlich. Ja, was auch lächerlich ist, dass News zu Final Fantasy exakt im gleichen Moment getroppt sind, wie die Ankündigung von Dragon's Dogma 2, deswegen hat das keinen interessiert. Das Final Fantasy 7, 25 Jahre Anniversary, wurde nämlich celebrated. Und Tino, du weißt ja auch, Final Fantasy 7 ist auch ziemlich geil, ne? Ja, es ist mein Lieblingsspiel der Reihe. Nice. Ähm, es ist so geil, dass es, ähm, ein Remake bekommen hat, was glaub ich auch schon wieder aus 2020 ist. Mhm. Hast du vielleicht auch mitbekommen? Na klar. Ja. Und das, äh, bekommt jetzt endlich einen weiteren Teil, nämlich Part 2. Ursprünglich war Final Fantasy 7 halt ein Riesen-Epos, aber halt in Pixel-Kack-Grafik, ne? Und wie gesagt, 25 Jahre alt. Und das Remake hat halt wirklich nur den ersten kleinen Teil davon überhaupt geremaked, weil das so krasser Aufwand ist, dieses Riesenspiel in die Neuzeit zu übertragen mit moderner Grafik und Gameplay. Okay, und jetzt kommt erst mal der zweite Teil. Ich würde jetzt schätzen, vielleicht gibt's da auch offizielle Ankündigungen zu, in wie vielen Teilen das rauskommt, aber es müssen mindestens drei sein, aber eher wahrscheinlich fünf oder so, wenn du dem gerecht werden willst. Mhm. Ähm, weil wirklich das, was jetzt in Teil 1 im Remake passiert ist, das ist, ich würde sagen, 20 Prozent maximal vom Gesamtspiel. 20 Prozent? Ja. Und, äh, dann kannst du ja ausrechnen, dass das dann irgendwie in 15 Jahren oder so sind die dann fertig mit diesem Projekt, das zu remaken. Aber dafür wird's richtig toll wahrscheinlich dann am Ende. Bestimmt. Naja, auf jeden Fall sehr geil. Außerdem gab's noch, ähm, so eine andere Konferenz zu, äh, diversen anderen Sachen. Capcom hat ja noch anderes gezeigt, wie zum Beispiel das Remake von Resident Evil 4. Es gibt ja keine modernen Ideen mehr, Tino. Alles muss geremaket hier, geremaket da werden. Aber über Resident Evil 4 würde ich mich dann auch schon sehr freuen, denn, äh, da war das Original auch schon sehr, sehr geil. Ich möchte es zumindest erwähnen für unsere Nerds hier unter der Zuhörerschaft. Die Nerds mit Öl. Yes. Also da hab ich schon Bock drauf. Ja, bestimmt. Also ich auch, voll. Und das Geile ist, das Geile, Tino, Dragon's Dogma 2 wird in der gleichen Engine gemacht, in der RE-Engine, wie die neuen Resident Evil-Spiele. Das heißt, es wird über sich hinaus wachsen, wird nicht die alte Engine haben. Es wird so geil, Tino, es wird so geil. Ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir echt fast gedacht. Ich wollte es gerade aussprechen. Ja. Ich hab ja in einer langen Horrornacht mal, ups, Resident Evil 7 gespielt. Und es hat schon auch, also es ist schon grafisch gut. Und wenn ich, wenn ich mir das vorstelle, Alter, wenn sie diese Engine verwenden für Dragon's Dogma 2, es wird so geil. Ja. Das muss man mal kurz nachgucken. Resident Evil. Ja, das Neueste ist, glaube ich, nach wie vor 8. Beziehungsweise The Village. Hab ich noch nie gespielt, aber es sieht von der Grafik her, bei Google Builder, zumindest sehr gut aus. Ja, Resident Evil ist schon eine geile Serie, aber es ist, ja genau, die, die, die mit den, mit den Milkers, Alter, mit den fetten Milkers. Resident Evil, das ist, Lady, Lady irgendwas heißt die, Lady Dimitrescu, die, die Worte zu Tode gememt, Alter, da ist das Spiel noch nicht raus gewesen, da gab's schon 20, 20 Porn-Fan-Fictions von der. Porn-Fan-Fictions? Ja. Weil die Leute sind obsessed mit, die ist halt irgendwie, weiß nicht, 4 Meter groß oder so und hat halt große Euter. Und da sind die Leute direkt scharf gegangen. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Geht. Naja, gut. Auf jeden Fall großartig. Was ich, äh, gelesen hab, was mich total überrascht hat, ich bin ja eigentlich der Japan-Beauftragte hier, aber Japan ist das erste Mal bei einem NATO-Treffen gewesen. Das wusste ich gar nicht, dass die da gar nicht so involviert sind, aber halt jetzt, äh, im Zuge von, äh, der russischen Invasion der Ukraine, haben die wohl gesagt, äh, kommen wir auch mal vorbei. Da wollen wir jetzt auch mal, ja, auf den Tisch hauen. Können sie ja machen, aber die sind nicht Teil der NATO, oder? Japan? Ich glaub nicht. Selbst wenn, raus aus der NATO, raus aus der NATO. Hier steht's, Japan will das erste Mal an einem NATO-Gipfel teilnehmen. Ah. Guck mal, jetzt hab ich's auch schon falsch, falsch übersetzt. Ich hab gesagt, das ist schon passiert, ne? Ich dumm, alle. Ja, aber schön. Nee, es kann sein, dass es schon passiert ist, weil ich hab jetzt hier auch nur eine Meldung vom 5.6. bekommen. Das kann sein. Genau, und die USA haben Japan ihre Liste der wichtigsten Verbündeten außerhalb der NATO aufgenommen. Stehst du da drauf? Nee, ich nicht, nee. Okay. Ich bin erst so Strippenzieher im Hintergrund. Ach so. Apropos Strippenzieher, Nawalny ist verschwunden aus seinem Gefängniskomplex. Also ist er geflüchtet, oder gibt's da schon noch welche? Nee, also die Theorie ist eher, dass der halt in so ein nicht ganz so freundliches Gefängnis übersetzt wurde, wo dann halt keiner weiß, wo ist es genau und was passiert da mit den Leuten. Und da gibt's keine veganen Gerichte zum Mittagessen? Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel, genau. Und dann nicht so gut. Oh, der war ja noch im Russlandland im Gefängnis, ne? Der war ja erst irgendwie, ja, ausgeliefert worden. Ach, schwierig. Ich war grad bei Tagesschau, ob es irgendwelche spannenden Nachrichten gibt, weil ich hab echt wenig aufgeschrieben diese Woche. Und ich find nur, nur so Corona-Zeug. Ja, aber es gab schon, es gab ja schon die ein oder andere Sache. Ist jetzt keine Bombenwoche, aber da geht schon was. Das Top-Video, ähm, auf Reddit diese Woche, guck ich ja auch immer mal rein, das ist ein Vergleich zwischen einem Hund und einer Katze, die sich quasi zueinander legen, also die Katze schläft und der Hund kommt dazu und der Hund schläft und die Katze kommt dazu. Das ist im Subreddit, ah, w-w-w-w-w-w, also, oh, weißt du? Und das ist Top-Post der Woche. Und ehrlich gesagt war es underwhelming. Ich dachte so, ja, okay, toll, guck ich mir an. Und dann hab ich erwartet, dass der Hund sich halt hinlegt und die Katze ihn übelst wegfaucht oder so, weißt du? Die Katze legt sich halt hin und legt sich so auf ihn und der Hund legt sich nur neben sie. Also, es ist natürlich süß, aber ich weiß nicht, da fehlt für mich irgendwie ein wichtiger Plottpunkt am Ende. Und ich seh ja gerade bei den YouTube-Top-Trends, Einladung zu Seven vs. Wild, äh, Knossi-Stories. Ach, Knossi, toll. Er macht's vielleicht doch. Ja, aber ist der wirklich eingeladen worden? Der soll da nicht mitmachen, ist doch scheiße. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kenn das Format nicht, ich weiß nicht, was, ob das spannender mit dem ist, keine Ahnung. Aber das... Ach, und BTS, lese ich gerade, BTS machen eine Pause. Oh nein. Cheat. Oh, können sie nicht mehr durchcrunchen? Nee. Schade. Und das gerade jetzt, wo Koma wieder nach Korea fliegt, ey. Mmh. Mmh. Ja, aber dieses, äh, im Wald ausgesetzt Ding, das würdest du nicht machen. Auch nicht für Kolo oder so. Nee, auf keinen... Nee, gar nicht. Also, wenn das so als Gag vielleicht mal ganz kurz, um dann nach ein paar Minuten zu sagen, ich geh wieder nach Hause. Also, aber ich bin kein Survival-Typ. Ich hab mir halt auch so ein paar Videos schon angeguckt, ne, von diesen, was man einschickt, da soll man ja so ein Hashtag verwenden. Man kann's natürlich gucken bei YouTube. Und das ist alles so dumm, Alter, wie die da so einen Tag irgendwie in der Wildnis und dann so tun, als wär das übelst harter Survival. Und der eine Typ, den ich da so in Österreich oder was, den ich mir da angeguckt hab, der hat halt irgendwie gefühlt sein ganzes Haus dabei, weil der halt so ein Auto hat, was innen auch so ein bisschen Tiny House mäßig ist. Der hat halt das komplette Equipment dabei und heult dann rum, weil er durch so ein paar Gebüschel, so ein Gestrüpp durchlaufen muss. Alter, das ist, das ist so schlecht. Da kann man sich doch nur drüber lustig machen. Also klar, wenn man das eine Woche dann macht, ne, das ist nicht ohne. Aber einen Tag, Alter, was ist das? Wie, nur einen Tag? Naja, einen Tag in der Wildnis überleben. Wirklich, also insgesamt für die ganze Show ist es nur ein Tag? Nein, nein, die Show macht sieben Tage, aber die Leute, die ihre Bewerbungen da einschicken, da waren halt einige dabei, die so sagen, ja, ich bin einen Tag in der Wildnis, da kann ich mich doch, Alter, da lege ich mich halt irgendwie zehn Stunden an den Baum, zock auf dem Handy ein Spiel, schlafe und dann hab ich's schon geschafft. Stimmt eigentlich. Da kannst du auch so aus Spaß für das Video so ein Lilifeezelt aufstellen, so ganz in Pink, das in den Wald stellen und kannst dann so tun, als würdest du so ein Big Mac aus dem Busch rauspflücken. Da kann man doch voll witzige Ideen machen für das Video. Ja, also ich werd das auf jeden Fall gut parodieren. Aber ich werd dann auch irgendwie durch die Ilm warten oder so, weißt du. Oh, da drüber, ich muss zum Nacktkauf. Oh, ist ganz schwer. Und dann heißt du, so was. Ja, und dann musst du noch in diese Nacktbadestelle im Ilmpark. Und dann musst du dann mit der Kamera drauf zeigen und sagen, da sind die Wilden. Da wird die nicht so schnell bewegen, sonst wird dann sie Gefahr. Ja. So, und zu guter Letzt hier nur noch die wichtigste YouTube-News der Woche. Ich hab sie extra aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Finn Kliemann und Ron Bielecki. Na, Ron Bielecki ist doch der Typ, der besorfen auf dem Rammstein-Konzert war, ne? Und hat dann irgendwelche Securities beleidigt. Yes. Wobei ich da gar nicht weiß, ob das wegen dem Event ist. Das ist ja, ist das strafrechtlich relevant, weil er den gezeigt hat oder keine Ahnung. Also jemanden als Geringverdiener bezeichnen, ist schon nicht ganz nett. Aber strafrechtlich relevant, glaub ich nicht. Also hier steht gerade Verdacht, Betrug und illegales Glücksspiel. Oha. Ah, Glücksspiel. Warum ermittelt dann die Staatsanwaltschaft nicht gegen Knossi? Weil es legales Glücksspiel ist, keine Ahnung. Naja, und Finn Kliemann auf jeden Fall. Also da ist die Kacke am Pumpen, aber das heißt ja alles noch nichts, ne? Das ist ja wieder diese Julian Assange-Situation. Ja, du weißt nicht, da kann sich alles noch ändern, dies und das. Aber. Ja, der ist ja richtig schwer gerade, der Kliemann. Ich weiß gar nicht, wie es mit ihm weitergeht. Ich habe auch gelesen, dass jetzt auf jeden Fall Strafen auf ihn warten sollen. Aber ich kann das Ausmaß jetzt gar nicht einschätzen, ob er jetzt auch ins Gefängnis muss. Ob er viel Geld nachzahlen muss. Nachzählen, ja. Nachzählen muss, ja. Der Arme muss Geld nachzählen, ey. Ja, also auf jeden Fall einiges los in der YouTube-Welt. Die Staatsanwaltschaft soll sich auf jeden Fall YouTube mal ganz genau angucken. Ich sehe gerade hier Ron Bielecki bei Google Builder. Der sah ja mal richtig gut aus. Der hat immer so kurze Haare, war gepflegt, hatte so ein Muskelbody gehabt und so. Und dann kam der Alkohol. Er hat sich ja voll verändert. Dann kam der Alkohol, ja. Heftig. Naja. Aber... Und ich habe noch ein kleines Thema gehabt und zwar lese ich hier gerade Steffen Ostwald. Kennst du den? Hatten wir den nicht letzte Woche? Hatte ich, also zumindest, ich hatte ihn noch erwähnt, oder? Klar. Achso, warte mal, ist das letzte Woche gewesen, okay. Ja, ach stimmt. Ja, ja. Ich habe es nur jetzt erst vor ein paar Tagen geschaut. Genau, du hast es schon angesprochen. Yes, yes, yes. Also ich bin auch schockiert von dem Typen, aber auch von der Frau, die da bei dem dranhing, dass die das irgendwie so mitmacht und offenbar voll in seinem Bann ist. Das ist ja dieser Typ, der irgendwie Frauen ausnutzt. Da sprichst du aber der Frau jetzt ihre Souveränität ab. Das ist ganz schön unfeministisch von dir. Nee, der ist so manipulativ. Ich glaube nicht, dass sie das so richtig checkt, was eigentlich passiert. Mit seinem Trill-Sargent und so. Dass er nur eine Erektion kriegen würde, wenn die Frau mit sich selbst im Reinen ist und so. Aber trotzdem sagt irgendwie eine Zeugin, dass er wohl Viagra geschluckt haben soll und so. Ja, aber... Also richtig eklig. Ich muss trotzdem nochmal reiterieren, dass der TJ zu oft in seinem Video sagt, wie heftig, wie heftig, wie heftig und dadurch schmälert das das irgendwie. Weil bis auf diese Judensache fand ich davon halt... Also, keine Ahnung, ich kenne halt viel Drama auf YouTube, weißt du, und da reiht sich das irgendwie ein. Da fand ich das irgendwie härter mit Jo Olli, der sich irgendwie 14-Jährige in seinen Van holt und so ein Shit, Alter. Und hier sind es zumindest kein Sending Adults, theoretisch. Ich würde es nicht vergleichen wollen, weil der Ostwald soll ja auch Frauen gefügig gemacht haben mit Alkohol und so. Und die richtig manipuliert haben. Ich würde es trotzdem als sehr, sehr schwer einordnen, was er da gemacht hat. Ja, 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 ja. Ich bin einfach enttäuscht gewesen, Tino. Keine Minderjährige dabei, kein Mord, kein Totschlag. Was soll denn das? Steffen, das kannst du besser. Er ist nicht mal in die Ukraine eingefallen. Das muss schon, also der Maßstab ist jetzt neu gesetzt. Wer kein souveränes Land invadet, da mache ich keine News drüber. Skandale werden nur noch jetzt über den Brennpunkt Internet verglichen. Also, jetzt geht nichts mehr unter Krieg. Okay, cool. Also, was geht bei der Woche, Tino? Ich gehe der Woche sehr, sehr wenig. Also, ich muss sagen, ich finde diese Vince McMahon-Geschichte sehr krass. Weil echt so eine... Ich dachte echt, weil die auch gerade über den eine Doku geplant haben bei Netflix. Wie sie jetzt eingestellt haben. Dass er jetzt echt langsam abtritt und so. Und ehrenvoll abtreten wird und so weiter. Aber jetzt mit so einem komischen Skandal, wie er eine Affäre hatte und die Frau bezahlt hat. Das schockiert mich schon sehr. Ach, das hat der Trump doch auch schon. Das sind doch alles alte Kamillen. Oder Herr Kleines Hochzeit ist für mich doch... Oh, stimmt. Herr Kleines Hochzeit ist natürlich noch krasser als Dragonstogma 2. Also, für mich privat, Tino, war die Woche eine 1 von 10 wegen Corona-Isolation. Aber als dann Dragonstogma 2 angekündigt wurde, war es dann eine 13 von 10. Also treffen wir uns in der Mitte bei 5. Bei 5. Ja. Ich finde, eine 5 ist okay. Und zwar, um das kleine Glück zu feiern. Und zu würdigen. Naja, also Dragonstogma 2 und Nathan Fielder, hallo? Also zumindest diese Assange-Sache. Aber das ist halt auch wieder, ne? Dieses, oh ja, es kann sich noch ändern und bla. Es ist halt... Also, Assange fällt mehr ins Gewicht in der Woche, in der wirklich über den Ozean geschippert wird, sag ich mal. Und, äh, Breaking News, der Eurovision Song Contest findet nicht in der Ukraine statt nächstes Jahr. Nun. Die haben keinen ebenen Boden mehr gefunden, um da eine Bühne draufzubauen, ne? Na, das war doch zu uns, hey. Die haben mir jetzt geschrieben, dass sie ja irgendwie ein ganzes Jahr planen müssen bis zum ESC. Das können die grad nicht, weil die nicht wissen, was da noch passiert und so weiter. Deswegen richten die es wohl woanders aus. Und es steht gerade Großbritannien auf der Liste ganz oben. Ja, lasst sie belohnen für ihren Assange-Move. Stimmt, geht auch nicht. Toll. Naja, werden wir sehen, werden wir sehen. Sind wir schon durch, Robins, heute? Wir haben den Podcast. Ja, war doch ein erquäkendes Event. Ich werde jetzt die Wand noch ein bisschen anstarren und freue mich dabei. Tu das, tu das. Wenn du was brauchst, Rob, sag Bescheid. Yes, yes. Ich könnte tatsächlich... Nee, alles vorbei. Ich könnte tatsächlich echt... Aber das ist halt echt nur eine kleine Sache. Aber machen wir gleich nach dem Podcast. Okay. Oh, die Musik ist so laut. Oh, tschüss. Tschüss, bis bald.